Herzlich willkommen zu unserem vierten Video. Es geht um Lernräume, unsere Metapher für aufeinander aufbauende Lernschritte in der Semesterplanung. In den vorigen Videos haben wir gesehen, warum es wichtig ist, Lehre so zu planen, dass die Prüfung und das Ziel aufeinander bezogen sind. Dafür brauchen Sie ein Learning Outcome, das nach dem Was-Womit-Wozu-Bauplan geschrieben ist, sowie Prüfungsaufgaben, die die Gütekriterien erfüllen und genau das prüfen, was Sie im Learning Outcome festgelegt haben. Jetzt können wir uns anschauen, wie Sie Ihre Lehrveranstaltung planen. Mit dem Learning Outcome und den Prüfungsaufgaben haben Sie zwei wesentliche Elemente für kompetenzorientierte Lehre gestaltet. Die Eckpfeiler quasi. Doch wie planen Sie die Schritte, die vom Ausgangspunkt am Beginn des Semesters zum Schlusspunkt am Ende des Lernprozesses führen? Wie kann es Ihnen gelingen, dass die Studierenden kontinuierlich mitarbeiten? Dass Sie im gemeinsamen Austausch jederzeit erkennen können, ob die geplanten Lernprozesse funktionieren? Und dass es einen Wissens- und Kompetenzzuwachs gibt, der eine anspruchsvolle Prüfung mit überzeugenden Resultaten erwarten lässt. Um das zu erreichen, brauchen Sie zusätzlich zu den Prinzipien der Kompetenzorientierung, die wir in diesen fünf Videos besprechen, Methoden. Methoden sind Werkzeuge zum didaktischen Gestalten von Rahmenbedingungen, die Ihnen vielerlei didaktische Möglichkeiten bieten. Sie finden eine Reihe von Methodensteckbriefen im Kursmaterial. Da Sie allerdings die Methode erst auswählen sollten, wenn Sie wissen, wie im Laufe des Semesters der Kompetenzzuwachs in Richtung Ihres Learning Outcomes aussehen soll, werfen wir jetzt einen Blick auf ein paar Prinzipien der Lernraumgestaltung. Diese Kästen sollen Lernschritte im Semester darstellen. Ein übliches Vorgehen zum Plan von Lehrveranstaltungen sieht wie folgt aus. Erst Thema A, dann Thema B, Thema C und Thema D. Wenn Sie auf diese Art und Weise Inhalte lehren, dann arbeiten Sie erst A komplett ab, dann kommt B und so weiter, wie in den Kapiteln in einem Fachbuch. Es geht dann darum, möglichst vollständig alle wichtigen Informationen an die Studierenden zu transportieren. Implizit steht hinter solchen Lernschritten die Idee, dass Studierende diese Inhalte erst mal nur wissen, also abspeichern sollen. Manchmal sagen Lehrende dann, dass das die Grundlagen seien, die als unverzichtbar gelten oder dass die Studierenden diese Themen mal gehört haben sollten. Zwar bauen diese einzelnen Bausteine dann möglicherweise aufeinander auf, aber sie werden nicht miteinander verzahnt, können also von den Studierenden nicht handelnd als Sinnzusammenhang erlebt werden. Eine ausschließlich an Inhalten orientierte Semesterplanung sagt nämlich zu wenig darüber aus, was die Studierenden mit den Inhalten tun sollen. Erinnern Sie sich an die Verben der äußeren Sichtbarkeit aus dem Video zu den Learning Outcomes? Hier sehen wir noch einmal, warum sie nicht hilfreich sind. Die Studierenden sollen wissen, dass Inhalt A so oder so ist, sie sollen Inhalt B kennen und Inhalt C und D verstehen. Die Studierenden pauken also A, B, C und D auf Taxonomiestufe 1 oder 2, können nicht viel mehr damit tun, als sie wiederzugeben und scheitern an den Transferaufgaben, für die die Lehrenden ja eigentlich das alles machen. Möglicherweise lernen die Studierenden sogar auf Lücke, weil sie vermuten, dass sich damit die Prüfung schon irgendwie bestehen lässt. Expertise entsteht so nicht, eher träges Wissen, das im nächsten Semester schon wieder nicht mehr verfügbar ist. Und die Lehrenden ärgern sich, wenn Studierende in den höheren Semestern die Grundlagen nicht beherrschen und die Lehre auf Novizen-Niveau hängen bleibt. Machen Sie es doch stattdessen lieber so. Definieren Sie, welche Lernschritte ganz am Anfang erforderlich sind, um eine erste, ganz einfache Handlungskompetenz zu erlangen. Das ist für Expertinnen und Experten nicht einfach, aber für Novizen unerlässlich. Es kann also durchaus sein, dass in einem Lernraum mehrere Themen vorkommen, zum Beispiel A1 bis D1. Dabei machen Sie in diesem ersten Lernschritt schon deutlich, wozu die Studierenden die Inhalte brauchen. Sie stellen Aufgaben und diskutieren Theorien, sie geben Feedback und sorgen für Aktivität. Sie verknüpfen also die Inhalte so miteinander, dass die Frage, was soll ich damit tun können, schon ganz früh im Lernprozess beantwortet werden kann. Fällt Ihnen was auf? Das ist unsere Frage aus der Was-womit-wozu-Struktur im Learning Outcome. Und genau so ist der Begriff Lernraum gedacht. Eine in sich geschlossene Einheit, zu der Sie ein Learning Outcome formulieren können, die also schon kompetenzorientiert ist. Spinnen wir das mal fort. Es kann durchaus sein, dass Sie Themen auf Einsteigerniveau eingeführt haben und dann später auf fortgeschrittenem Niveau vertiefen. Natürlich auch wieder konsequent kompetenzorientiert gedacht. Sie sollten ein Learning Outcome dazu schreiben können. So geht es für das ganze Semester weiter. Die Handlungsfähigkeit der Studierenden steht also im Vordergrund. Und wenn zu Beginn des Semesters die Handlungen noch sehr novizig sind, dann macht das nichts. Wenn Sie eine Sprache lernen, sprechen Sie ja auch möglichst von Anfang an ganz einfache Sätze und lernen nicht erst 500 Vokabeln auswendig. Nach und nach werden dann die Sätze, die Sie sprechen können, komplexer und beziehen mehr Vokabeln und mehr Grammatikregeln mit ein. Ein wichtiger Aspekt fehlt jetzt noch. Die Beziehung der vier Teil-Learning Outcomes untereinander. Sie bauen aufeinander auf. Das heißt, dass die Studierenden die Handlungsfähigkeit aus Lernraum 1 brauchen, um in Lernraum 2 mithalten zu können. An dieser Stelle räumen wir mal unsere Visualisierung ein wenig auf. Vier Lernräume mit vier aufeinander aufbauenden Learning Outcomes ergeben einen kontinuierlichen Kompetenzzuwachs bei den Studierenden. Zwischen den Lernräumen besteht also eine Verbindung, wie eine Tür zwischen zwei realen Räumen. Diese Türen müssen die Studierenden eine nach der anderen durchschreiten, um die Prüfung gut zu bestehen. Und um während des Semesters sowohl für Sie als auch für die Studierenden deutlich zu machen, ob dieser Kompetenzzuwachs auch wie geplant funktioniert, können Sie jede metaphorische Tür für einen Check nutzen. Kurz vor der Prüfung sollte für alle sichergestellt werden, ob die Studierenden auch wirklich so handeln können, wie es geprüft wird. Der letzte Check findet also schon auf Prüfungsniveau statt. Denn Sie wollen ja die größtmögliche Transparenz für alle. Und wenn zwischen dem letzten Lernraum und der Prüfung noch ein großer qualitativer Sprung wäre, würden Transferanlässe, Übungen und Kriterien dazu fehlen. Das wäre intransparent. Die Wirkung dieser aufeinander aufbauenden und kompetenzorientiert gestalteten Lernräume ist immens. Studierende, die einen Lernraum auslassen, weil ihnen das zum Beispiel effizienter erscheint oder weil sie es in anderen Veranstaltungen durch das Pauken kurz vor der Prüfung kompensieren konnten, können nicht wirklich weiterarbeiten, weil ihnen wichtige Handlungsfähigkeiten fehlen. Skript Pauken hilft nicht, denn das ermöglicht keinen Kompetenzerwerb, sondern nur auswendig Wissen. Die Prüfung kann also nicht auf dem taxonomischen Niveau bestanden werden, auf das Sie laut Learning Outcome hinaus wollen. Dieses Szenario ist weit verbreitet und führt immer wieder dazu, dass Studierende und Lehrende den Eindruck haben, aneinander vorbeizuarbeiten. Stattdessen zeigt das Lernraumkonzept, Zusammenarbeiten macht Sinn, ermöglicht den Studierenden kontinuierlich dran zu bleiben und Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Durch die regelmäßigen Checks sehen auch Sie, wo die Studierenden stehen und gegebenenfalls den Kurs etwas anpassen. Der semesterbegleitende Zuwachs an Wissen und Handlungsfähigkeit motiviert. Bei jedem einzelnen Check konkretisieren sich Prüfungskriterien, Ängste und Druck werden so reduziert. Durch die gemeinsame Arbeit konnten die Ansprüche sichtbar werden, die der Weg zur Expertise eben mit sich bringt. Daher lohnt sich hier nochmal ein Blick auf die Checks, auf das Thema Feedback also. Um zu verstehen, wie Feedback lernförderlich funktioniert, helfen die Begriffe formativ und summativ. Formatives Feedback wird im Laufe des Semesters gegeben. Summatives Feedback ist eigentlich gar kein Feedback, sondern eine Bewertung am Ende des Semesters. Daher hilft formatives Feedback dabei, regelmäßig den aktuellen Stand einzuschätzen, während die summative Bewertung abschließend benotet. Formatives Feedback hilft beiden Seiten, Lehrenden und Studierenden. Die summative Bewertung dient mehr dazu, die Leistungsfähigkeit der Studierenden anhand der definierten Kriterien zu messen, wohingegen das formative Feedback ermöglichen soll, in den laufenden Lernprozess einzugreifen. Das bedeutet in Bezug auf Ihre Lehre konkret, dass es sinnvoll ist, formative Checks fehlerfreundlich zu gestalten. Sie wollen ja erreichen, dass die Studierenden es wagen, Ihre Leistungsfähigkeit so zu zeigen, wie sie wirklich gerade ist. Fehlerunfreundlichkeit erzeugt das Bemühen, keine Fehler zu machen und das wiederum reduziert die Bereitschaft zu Kreativität, Experiment und Risiko. Dann dient ein formatives Feedback immer beiden Seiten, den Lehrenden und den Studierenden. Das eröffnet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie können Leistungschecks machen, Selbsteinschätzungen, Peereinschätzungen. Sie können nach der Lerngeschwindigkeit fragen oder nach der Qualität der Kommunikation. Sie erfahren, ob es Vertiefungsinteressen oder Verständnisschwierigkeiten gibt, lernen die Stimmung in der Gruppe besser kennen oder bemerken Sorgen vor der Prüfung schon frühzeitig. Regelmäßiges formatives Feedback erzeugt also eine Gesprächskultur. Und besonders wichtig ist, formatives Feedback ermöglicht Transparenz. Prüfungstheoretisch gesprochen bedeutet Transparenz, dass die Studierenden verstehen, nach welchen Kriterien sie bewertet werden. Lernt theoretisch gesprochen konkretisieren die Kriterien ihr implizites Wissen, also ihre Expertise als Lehrende, in Bezug auf den jeweils anstehenden Lernschritt. Wenn die Studierenden immer wieder erleben, ob ihre Leistung dem gewünschten Niveau angemessen ist oder nicht, dann können sie Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Und dann können sie aktiv werden, mitdenken und nachfragen. Dann wird es sehr spannend. Die Fragen nach den Kriterien besprechen wir im nächsten Video. Dort geht es um den letzten der fünf Bausteine im Rahmen dieser Reihe.